Heute war ein spannender Spiel. VfB Stuttgart gegen Mainz 0-5. Ich habe mir einfach gedacht, das Spiel wird eh ganz klar für Mainz ausgehen. Nein, Düsseldorf. Stuttgart kam nochmal gut zurück und hat ein 3-2 gemacht und hat trotzdem noch verloren, aber sie haben wenigstens alles gegeben. Dadurch ist Stuttgart noch abschließend gefährdet, aber auf dem 16. Platz und hat drei Punkte Vorsprung vor Hannover. Das heißt, wenn Nürnberg nicht gewinnt gegen Berlin, dann hat Stuttgart Glück gehabt. Aber Mainz ist dadurch auf Platz 11, ist zwischen Freiburg und Leverkusen und ist sichergestellt. Dadurch hat Stuttgart erst 5-mal gegen Mainz gewonnen, 5-mal gegen die Unentschieden gespielt und 10-mal hat Mainz gegen Stuttgart gewonnen. Ron-Butter-Zieler Ron-Robert-Zieler hat nur 5,9 erhalten für seine Leistung und Müller hat 7,3 erhalten. Die Torschüsse des Spiels waren einmal Sandigo Aschakabar mit einem Eigentor und Meteta von Mainz und dann nochmal Hak von Mainz und dann kam Nikolas Gomes mit dem 1-3 und in der 85. Minute, zwei Minuten nach dem 1-3 kam das 2-3 von Mark-Oliver Kemp. Vorlage von Isua Bei Gomez war es Gentner und 2-3 und tą co